Oh, yes, wir gehen in... Comedy Night, Baby! Jeder, der einen lustigen Witz erzählt, kriegt vor mir... 10 Euro! Spielt das das erste Mal-Chat? Wasser in den Mund stecken? Soll ich? Okay, wir müssen das jetzt mal testen. Wir machen einen Testwitz von irgendwem. Wer ist das denn? Ah, Justin, Digga. Ach, Digga. Guck mal, wie der aussieht, Bruder, ja. Hey, Justin, mach mal einen Testwitz. Was steht auf dem Grabstein von einem Mathematiker? Was denn? Damit hat er nicht gerechnet. Ha, 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 ha. Das fehlt aber noch nicht. Das zählt noch nicht. Ja, für die, die das Video sehen, wir haben die Idee von Aiden Roth. Ich werde jetzt Wasser in meinen Mund stecken und dann geht's los. Hallo, meine Damen und Herren. Wie kommt ein Leprakranker den Berg hoch? Stück für Stück. Okay, der war unnustig, der war unnustig. Wir machen weiter. Was sagt ein Chineser zu einer Katze? Gar nichts. Er isst sie. Nein, Digga. Doch nicht mal so ein Witz, Bro. Der war respektlos. Wie nennt man einen Reh mit Vornamen? Kartoffelpü-Ree. Ja, oh mein Gott. Wir machen ohne Wasser jetzt. Ohne Wasser. Was ist der Unterschied zwischen einer Kartoffel und einem Schwarzen? Die Kartoffel kann es nicht mehr erlernen. Ey, ich hab's nicht verstanden. Ey, ich hab's nicht verstanden. What's the difference between a Jew and orange juice? Nothing. They're both concentrated. Er ist einfach reingekommen und hat was gesagt. Achso, warum sitzt man bitte schon wieder hier oben? Der Witz war scheiße, Bruder. It's a German lobby. Yes, German lobby. But I'm streaming right now, okay? Yes, please, family-friendly jokes, okay? Thank you. How do I... Family-friendly? Damn. Wait, wait, I speak some German. So, yo, yo. Whoever the admin is... F***. What is black and sits in a corner at the KFC? No, this is not right. Hey, Hamid. Peace, Leute. Was genau? Ich bin's Robin, ich bin's Kevin. Und heute ist mal ein Gummi-was-echtes-Essen-Challenge Teil 18. Der war gut. Der war gut. Der war nicht schlecht. Hamid Loko, ich liebe dich. Niha und Shisha. Äh, why do women wear high heels? To put the dishes away in a Topshop. Und? Warum erzählt ihr die Witze nicht zu Ende? Also... Was sucht ein Einarmiger auf einer Einkaufsstraße? Ein Secondhand-Shop. Hahaha. Der war scheiße, Justin. I f***ing hate all the us- They are so stupid, they can't even fight a snake. Ähm... Why do women like to play among us? Because it's their only place to vote. Bruder, reden Deutsch, ding! Dein Englisch ist scheiße! Wo sind die ersten Worte meines Sohnes? Wo warst du die letzten 20 Jahre? Ah, aber guck mal! Scheiße, komm mal! Treffen sich zwei Magneten, fragt der eine, was soll ich heute bloß anziehen? Ah, Bruder, Arsch. Treffen sich zwei Piloten, 300 Tote. Also, ich weiß nicht, was soll ich jetzt... ... Breakbros, auf, die, halt! Was hast du mit den Breakbros die ganze Zeit, Bruder? Äh... Treffen sich zwei Blinde, sagt der eine, lag nicht mehr gesehen. Nein. Warum geht eine Gurke duschen? Um seine Arscher abzuwaschen. Hä? Okay, Achtung. Kommt eine Frau beim Arzt. Hahaha. Nein. Bruder, dein Mikro war nicht mal laut, Digga. Dein Mikro war nicht mal laut, Digga. Das ist respektlos, ehrlich. Das ist respektlos. Okay, ich erzähl einen Witz, okay? Ich erzähl einen Witz. Kauft sich ein Kurde ein... Hört auf zu bohen, okay? Kauft sich ein Kurde ein... Ey, wenn ihr weiterbootet... Nein, ich schwöre, ich gehe runter von der Winger. Kau... Geh runter! Was ist grün und hat 100 Toten? Die Mülltonne hinter der Krebsklinik. Wir bewegen uns in eine falsche Richtung gerade, ja? Also... Was steht an der Bushaltestelle und raucht? Ein paar Turnschuhe im Kriegsgebiet. Nein. Was passiert, wenn ein Waschbär ins Fitnesscenter geht? Er wird sowas besi... Ich hab jetzt nicht mal das Ende gehört. Wie nennt man einen Hund ohne Beine? Egal, der kommt eh nicht, wenn man in Ruhe... Da war nicht schlecht, da war nicht schlecht. 10 Euro für den. Ey, Dinger, ihr macht mich arm, Dinger. Ich muss aufhören. Okay, ab jetzt lach ich nicht mehr. Ab jetzt lach ich nicht mehr. Ab jetzt wird nicht mehr gelacht. Wasser haben ein Baby und eine Flasche Spudelwasser gemeinsam. Sie werden still, wenn man sie schüttelt. Was ist besser, als eine Goldmedaille bei den Special Olympics zu gewinnen? Arme und Beine zu haben. Bro, komm schon, Dinger, das ist nicht fair, okay? Das ist echt nicht fair, Dinger, gegenüber denen, die da gewinnen. Das ist bestimmt auch echt cool, das zu gewinnen. Auch wenn man keine Beine und Arme hat, okay? Wie nennt man eine Versammlung von schwarzen Auktionshaus? Nein, 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 okay? Nein, nicht die Witze. Leute, das soll ein YouTube-Video werden. F-Check das, glaube ich, nicht. Soll ich ein YouTube-Video werden? Ja. Ich wollte eigentlich einen Witz raussagen. Ja, mach. Da ist so ein Unterschied zwischen einem weißen und einem schwarzen Juden. Der weiße kommt in den Ofen, der schwarze kommt aus dem Ofen. Wir distanzieren uns davon. Was waren die ersten Worte meines Sohnes? Wo warst du die letzten 18 Jahre? Den hatten wir schon. Buh! Leute, alle buhen einmal. Buh! Alle buhen einmal. Buh! Wo ist Justin? Da. Rausschmeißen. Was macht ein schwarzer zwischen zwei Mülltonnen? Ein Familienfoto. Was ist schwarz, weiß und dreht sich? Eine Nonne, die die Treppe runterfällt. Deine Mutter ist so fett, die benutzen Matratze als Tampon. Er war nicht, Bruder. Ich hab einen Joghurt fallen gelassen. Er war nicht mehr haltbar. Er war nicht so, der war nicht so. Was ist Grün und hat 100 Hoden? Die Mülltonne hinter der Krebs-Klinik. Den hatten wir schon. Buh! Okay, wenn ihr wollt, dass wir nochmal eine zweite Folge machen, dann sagt Bescheid, Digga. Bruder, da waren geisteskranke Witze dabei. Also, so, war die unterste Gürtellinie von Witz. Also, mich würd's nicht wundern, wenn dieses Video... Dieses Video ist zu 100% Geld. Ich hab kein einziges Set mehr dieses Video verdient. Lass trotzdem ein Like da, bitte. Lass ein Like da, Jett. Vielleicht machen wir das nochmal, aber Digga, dann müssen wir irgendwie die Leute aussortieren, die dann... Die distanzieren uns ganz, ganz krass von diesen schlimmen Witzen. Ich hab heute nicht lachen, okay? Falls ich irgendwo gegrinst hab. War's nicht so gemeint. Digga, das war ehrlich hart, Chat. Real Talk. Ich sag euch ehrlich. Das war hart. Hart wie mein Sch...